Fitness mit Marc Folge 444 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein ältester Freund heißt Hasimann, Marc Maslow. Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach. Und mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dir dabei gut zu tun. Wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du, wie wichtig Muskelaufbau ist. Nicht nur, um nackt gut auszusehen, sondern auch, um langfristig gesund, fit und schlank zu bleiben. Gerade beim Muskelaufbau passieren häufig Fehler. Und am Ende dieser Folge kennst du die zehn häufigsten und auch kritischsten Fehler beim Muskelaufbau. Und zwar konkret beim Umsetzen des Prinzips der progressiven Überlastung. Was genau das ist, das erfährst du auch nochmal. Und wenn du schon länger trainierst, dann kannst du diese Folge einfach mal nutzen, wie eine Art Checkliste und durchgehen, ob dein Training soweit passt, ob du auf Kurs bist oder falls du keine Fortschritte machen solltest und auf dem Plateau landen solltest, dann findest du wahrscheinlich auch raus, woran das konkret liegt. Der Werbepartner dieser Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spare dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deporters, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst, in großen Portionen und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer, der einfach wunderbar schmeckt. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, in dieser Folge geht es um Muskelaufbau. Und ganz klar, da gehört einiges dazu, zum Beispiel die richtige Ernährung, das richtige Training. All das sind Dinge, die wir in vergangenen Folgen schon mal behandelt haben. In dieser Folge liegt der Fokus auf einem der wichtigen Muskelaufbauprinzipien in deinem Training. Und das nennt sich progressive Überlastung und die häufigsten Fehler, die dabei auftreten und wie du die vermeiden kannst. Ja, solche Fehler im Muskelaufbau, die sind schon seit langem ein häufiges Thema in der Fitnessszene. Jetzt könnte man also meinen, dass das Thema so gründlich ausgeschöpft wurde, dass man eigentlich nicht mehr drüber reden muss. Die Wahrheit ist, dass gerade in diesem Bereich der Muskelaufbaufehler eins der wichtigsten Themen und das ist die progressive Überlastung quasi ignoriert wurde. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen mehr Zeit damit verschwenden, auf Fortschrittsplateaus zu bleiben, als Fortschritte zu machen und Muskeln aufzubauen. Den üblichen Ratschlag, den man in dem Kontext hört, den kennst du vielleicht und das ist folgender, heb einfach jedes Mal im Training mehr Gewicht, wenn du kannst, wenn du es hinkriegst. Ja, also brich deine eigenen Gewichtsrekorde. Und das ist nicht nur leichter gesagt als getan, sondern von Mal zu Mal das Gewicht zu steigern, ist nur eine der vielen Methoden, die du nutzen kannst. Und nicht immer ist es die richtige. Auch wenn viele Trainer dir das empfehlen, dass du unbedingt stärker werden solltest, dann kann diese Strategie tatsächlich einer der größten Fehler sein, wenn du Kraftsportler bist, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Und ich bin bei dir, solche Fortschrittsplateaus, die können auch ganz schön frustrierend sein. Ich war selbst in den letzten 20 Jahren häufiger mal an dem Punkt, wo ich trainiert habe und regelmäßig trainiert habe und eigentlich alles richtig gemacht habe, aber es hat sich einfach nichts getan. Sondern ich habe keine Fortschritte gesehen. Und wie du das für dich vermeiden kannst, das habe ich damals für dich auch mal ausprobiert. Und diese häufigsten Fehler, die wir auch in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten beobachten, mal zusammengetragen, damit sie dir nicht passieren. Oder du aus einem Plateau rauskommst und wieder Fortschritte machst. Klingt gut. Okay, dann lass uns mal mit dem ersten, mit dem wichtigsten Fehler starten. Und er erklärt auch gleichzeitig nochmal den Begriff. Punkt Nummer 1 ist, die progressive Überlastung überhaupt nicht anzuwenden. Progressive Überlastung klingt erstmal brutal, ist es aber gar nicht. Es bedeutet einfach nur, dass du dir mit der Zeit im Training auch mehr zumutest. Was heißt das konkret? Das kann bedeuten, dass du mehr Gewicht bewegst. Es kann bedeuten, dass du mehr Wiederholungen einer Übung durchführst. Durchführst, insgesamt mehr Trainingsvolumen durchführst, häufiger trainierst, mit einer besseren Qualität trainierst, also besserer Technik, effizienter trainierst oder einfach intensiver trainierst. Ja, das sind jetzt schon einige Punkte und es sind alles verschiedene Arten der Überlastung, die du nutzen kannst, um deinen Muskel neu zu fordern und dadurch Muskelwachstum auszulösen, einen Trainingsreiz zu setzen. Denn darum geht es ja am Ende in jedem Training, in jeder Trainingseinheit. Die progressive Überlastung ist quasi die Königin aller Krafttrainingsprinzipien und der größte Fehler ist, dieses Prinzip überhaupt nicht anzuwenden. Also gar nicht im Hinterkopf zu haben, dass du von Training zu Training besser werden willst. Jetzt mag das total offensichtlich erscheinen und zwar so offensichtlich, dass es niemand übersehen würde, aber in Wahrheit passiert das nur allzu häufig. Und sowohl Anfänger als auch erfahrene Sportler machen diesen Fehler und gehen ins Training und machen im Prinzip genau das Gleiche, was sie die letzten Einheiten auch gemacht haben und die letzten Wochen. Und das führt dann dazu, dass sie auf einem Plateau landen. Ein Grund dafür, dass dieser Fehler so leicht passiert ist, dass gerade nach den anfänglichen Fortschritten, wenn man mit dem Training anfängt, es immer schwieriger wird, bei jedem Training dann nochmal einen draufzusetzen. Und wer sich nicht so gut auskennt mit den ganzen Optionen, die du nutzen kannst, der verfällt leicht in ein Gewohnheitsmuster, bei dem du immer wieder das gleiche Training mit genau demselben Pensum absolvierst. Viele Menschen machen einfach einen Haken an ihr Training, sagen, jawohl, ich habe mich jetzt aufgerafft, ich bin ins Training gegangen, habe mein Training durchgezogen und zählen das schon als Erfolg. Und klar ist das natürlich super, wenn du ins Training gehst und wenn es einfach nur dein Ziel ist, deine jetzige Form aufrecht zu erhalten, dann ist das perfekt. Aber es reicht eben nicht aus, um neue Fortschritte zu erzielen. Wenn du Fortschritte machen willst, dann darf es deine oberste Priorität sein, dass du dich selbst pushst und auf einem höheren Niveau arbeitest, als du es bisher getan hast. Du willst dich also bei jedem Training ein kleines Stück vorwärts bewegen, selbst wenn es nur ein klitzekleiner Schritt ist, wie eine einzige Wiederholung mehr mit dem gleichen Gewicht wie beim letzten Mal. Und das bringt mich zum zweiten häufigen Fehler, progressive Überlastung mit progressivem Widerstand zu verwechseln. Was heißt das? Nun, die meisten Menschen glauben, dass progressive Überlastung einfach nur bedeutet, dass du Gewicht auflegst, dass du im Laufe der Zeit immer mehr und mehr Gewicht bei einer bestimmten Kraftübung bewegst. Und das ist ein großer Irrglaube. Immer mehr Gewicht zu bewegen, bezeichnet man auch als progressiv steigenden Widerstand. Denn am Ende geht es ja nicht um das Gewicht, sondern um den Widerstand, gegen den dein Muskel arbeitet. Aber das Prinzip der progressiven Überlastung ist viel größer und viel breiter aufgestellt, als eben sich nur mit dem Widerstand zu beschäftigen. Und es gibt mindestens acht Arten der progressiven Überlastung. Natürlich gehört der Widerstand dazu. Das ist eine, vielleicht sogar die bekannteste Art der progressiven Überlastung. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie progressive Überlastung. Und sobald du diesen Unterschied kennst, sobald du weißt, dass progressiv das Gewicht zu steigern nicht das Gleiche ist, wie dich progressiv zu überlasten, also das, was du ja eigentlich willst im Training, bekommst du einen größeren Blick für die vielen Möglichkeiten, die du hast. Und du öffnest die Augen für all die anderen progressiven Überlastungsmethoden im Muskelaufbau, die du nutzen kannst. Und je mehr du davon kennst, desto mehr Möglichkeiten hast du, um Plateaus zu durchbrechen. Und so wie du es gerade brauchst, deinen Körper zu stimulieren, damit die Muskeln auch wachsen und du Fortschritte machst. Fehler Nummer drei ist, sich nur auf die Erhöhung des Gewichts zu konzentrieren. Wir haben ja schon gesagt, dass der progressiv ansteigende Widerstand eine wichtige Strategie ist für den Muskelaufbau. Aber wenn du das Prinzip der sogenannten Trainingsspezifizität verstehst, erkläre ich gleich nochmal. Also wenn du dieses Prinzip kennst, dann wird dir klar, dass progressiver Widerstand nicht immer so wichtig ist, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wie wenn dein Ziel jetzt wäre, einfach stärker zu werden. Nehmen wir mal das Ziel, stärker zu werden, also Kraft aufzubauen. Und eine Sportart, bei der das wichtig ist, wäre der Kraft-Dreikampf oder das Powerlifting oder das olympische Gewichtheben. Da ist die Kraft das ultimative Ziel. Wenn es dir aber um dein Aussehen geht oder darum, dass du deinen Stoffwechsel optimierst, dann geht es ja darum, Muskeln aufzubauen, dein Aussehen zu verändern. Und natürlich gehen Muskelaufbau und Kraftaufbau auch irgendwo Hand in Hand. Aber es macht schon einen Unterschied, wo du den Schwerpunkt setzt. Es sind also zwei unterschiedliche Ziele, ob du Muskeln aufbauen möchtest oder Kraft aufbauen möchtest. Und wenn es dir ums Aussehen geht, wenn du also den Fokus auf den Muskelaufbau legst, dann kann es durchaus ein Fehler sein, sich nur darauf zu konzentrieren, immer mehr Gewicht zu stemmen. Denn es ist sehr wohl sehr gut möglich, dein Aussehen positiv in Richtung deiner Ziele zu verändern und Muskeln aufzubauen, ohne immer mehr Gewicht zu stemmen. Würdest du dich in so einem Fall also zu sehr auf die Kraftentwicklung konzentrieren, dann kann das auch frustrierend sein, weil du eben nicht ewig mehr Gewicht drauflegen kannst. Das ist der Vorteil, den man als Anfänger hat. Denn Anfänger können bei fast jedem Training mehr Gewicht auf die Handelsstange legen und auf diese Weise auch schnell Muskeln aufbauen. Aber je länger du trainierst, desto langsamer werden deine Fortschritte. Und wenn deine Fortschrittskurve dann irgendwann abzuflachen beginnt, was völlig normal ist, und es immer schwieriger wird, dass du deine Gewichte noch weiter erhöhst, dann landest du irgendwann auf einem Plateau, wenn du einzig und allein immer nur versuchst, progressiv den Widerstand zu erhöhen. Wenn das also das einzige Tool ist, das du bisher genutzt hast, dann hast du irgendwann keine anderen Möglichkeiten mehr und glaubst vielleicht sogar, dass du deinen Körper schon so weit entwickelt hast, wie es eben genetisch möglich ist. Und auch das ist häufig dann ein Irrglaube. Wenn du aber deinen Blick weit machst und nicht nur die Kraft im Auge hast, dann wirst du bald feststellen, dass du immer weiter neue Reize setzen kannst, auch weiter Muskeln aufbauen kannst und bereits jetzt schon alles mitbringst, um weiter Fortschritte zu machen. Und das bringt mich zu Fehler Nummer vier. Und das ist der Fehler, das Gewicht, das Trainingsvolumen, die Trainingshäufigkeit oder die Trainingsintensität viel zu schnell zu erhöhen. Also zu schnell zu viel zu wollen. Wenn wir uns diese krassen Fortschritte angucken, die wir zum Teil auf sozialen Medien sehen oder solchen Vorher-Nachher-YouTube-Videos oder auch viele bekannte Fitnesspersönlichkeiten ansehen, dann haben wir häufig den Eindruck, dass die explosionsartig Muskeln aufgebaut haben und vergessen dabei, dass der Muskelaufbau ein sehr langsamer Prozess ist. Du brauchst also langen Atem, eine langfristige Planung, langfristiges Dranbleiben und eben stabile Gewohnheiten, stabiles Training, das du über Monate und Jahre durchziehst. Du brauchst dafür Geduld. Und wenn du zu schnell zu viel willst, das Gewicht zu schnell erhöhst oder auf andere Weise dieses Prinzip der progressiven Überlastung anwendest, dann führt auch das meist dazu, dass du auf einem Plateau landest, dass du keine Fortschritte mehr machst und dass es auch schwer ist, aus diesem Plateau wieder wegzukommen. Und das Ganze hat noch ein Problem, was es mit sich bringt, und zwar das Risiko für Verletzungen erhöht sich. Wenn du das Gewicht immer nur von einem Training zum nächsten versuchst zu erhöhen, und zwar auf absehbare Zeit, dann kann das dazu führen, dass deine Wiederholungen irgendwann so niedrig werden, dass du aus deinem Zielbereich unten rausrutschst. Und alternativ, und das ist leider auch nicht besser, mit der Technik unsauber zu werden, um dann gerade noch die angestrebten Wiederholungen zu schaffen. Aber beides ist keine echte progressive Überlastung. Und das bringt mich zum fünften Fehler, und das ist die falsche Erwartungshaltung. Wer erwartet, dass die Fortschritte, dass die Progression immer linear verläuft, wie so eine Gerade, die ansteigt, der macht einen Fehler. Und das wissen wir eigentlich auch schon, das gilt auch beim Fettabbau, es gilt auch definitiv beim Muskelaufbau. Muskelwachstum geht nicht nur langsam vonstatten, sondern dein Fortschritt verläuft auch in den seltensten Fällen, in einer kontinuierlichen, geraden Linie nach oben. Normalerweise kommen Fortschritte in Wellen. Und diese Wellen, die erreichen ihren Höhepunkt, wenn sich dein Körper an jeden neuen Trainingsreiz anpasst. Oder sie erreichen dann ihren Höhepunkt, wenn du dich richtig gut erholen kannst von deinen Trainingseinheiten. Manchmal sind Kraftzuwächse oder Muskelzuwächse auch einfach unvorhersehbar. Und manchmal treten nicht mal dann Fortschritte ein, wenn du perfekt trainierst, wenn du scheinbar dich perfekt ernährst, wenn du dich perfekt erholst, alles richtig machst, genug schläfst, deine Lebensgewohnheiten im Griff hast. Und manchmal tritt Fortschritt genau dann auf, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Es gibt so einen Spruch, den finde ich ganz passend. Und der ist wie folgt. Wenn du regelmäßig trainierst, dann gibst du dem Fortschritt eine Chance. Dann öffnest du überhaupt erst mal die Tür für Fortschritte. Aber du hast kein Recht darauf. Es wird Höhen und Tiefen geben und du wirst nicht jede Woche Fortschritte sehen und auch nicht bei jedem Training deine Leistung steigern können. Aber wenn du langfristig denkst, wenn du fleißig dran bleibst, wenn du das Prinzip der progressiven Überlastung anwendest und vor allem dann, wenn du eine Toolbox dabei hast, also verschiedene Überlastungsmethoden kennst und die auch alle mal anwendest, dann kannst du über viele Jahre hinweg Fortschritte machen. Und das bringt mich zum Fehler Nummer 6. Das ist ein Fehler, der auch fortgeschrittenen Athleten immer mal wieder passiert. Und das ist, das Gewicht zu steigern auf Kosten der Form, auf Kosten der sauberen Technik. Wenn du dich zu sehr darauf konzentrierst, immer mehr Gewicht raufzupacken oder wenn du das Gewicht nicht schrittweise steigerst, sondern zu viel vielleicht auf einmal raufpackst, dann wird deine Trainingsform nachlassen. Und wenn die saubere Technik nachlässt, wenn du diese Technik vernachlässigst, nur um mehr Gewicht zu heben, dann betrügst du dich selbst. Denn die Spannung auf dem Muskel, den du trainieren möchtest, kann auch dann abnehmen, wenn du mehr Gewicht drauf packst. Woran liegt das nun? Das liegt daran, dass dann andere Muskeln mithelfen als die, die du trainieren willst. Und die nehmen dem Zielmuskel sozusagen Arbeit weg. Und am Ende trainierst du weniger effektiv, obwohl mehr Gewicht auf der Handel drauf ist. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass du Schwung nutzt oder Schwingen nutzt bei Bewegungen, die du eigentlich ohne Schwung durchführen würdest. Es kann auch so aussehen, dass dir die Kontrolle entgleitet über gerade den exzentrischen Teil einer Wiederholung, also da, wo du das Gewicht absenkst. Und wenn du die Kontrolle über die Bewegung verlierst, dann verlierst du auch die Kontrolle über dein Muskelwachstum und eben die Muskelaktivierung, die du ja eigentlich durchführen möchtest. Eine schlechte Form erhöht am Ende auch dein Verletzungsrisiko. Und Verletzungen gehören zu den größten Erfolgshämmern überhaupt. Es ist also wichtig, dass du mit sauberer Form trainierst. Es hilft auch immer mal wieder, sich selbst zu filmen. Ich mache das auch regelmäßig. Und die Ergebnisse, einige dieser Videos, die siehst du auch bei mir auf Instagram. Bin mal dazu übergegangen, die zu teilen. Die sind zum Teil nicht so professionell, wie ich sie normalerweise gerne hätte. Vielleicht arbeite ich da auch noch mal ein bisschen dran. Aber es hat einfach den Grund, dass ich beim Training manchmal mein Handy hinstelle, mitfilme, um zu sehen, dass ich wirklich eine saubere Technik durchführe und mich dann selbst zu korrigieren. Denn eine saubere Form ist ein Muss, wenn du Fortschritte in deinem Training machen möchtest. Und es ist auch ein Muss, um dann wirklich Fortschritte messen zu können. Eine weitere Möglichkeit, sich selbst zu beschummeln, wäre zum Beispiel auch, die Bewegungsamplitude zu verkürzen. Also einfach einen kürzeren Weg zurückzulegen mit dem Gewicht. Und auch dann hättest du keine echte progressive Überlastung erreicht. Fehler Nummer sieben. Und das wäre, einen zu starken Fokus auf das sogenannte One-Rep-Max zu legen. Also die Ein-Wiederholungs-Maximal-Werte. Was heißt das? Nun, wir haben ja gesagt, progressive Überlastung bedeutet, dass du immer neue persönliche Rekorde anstreben solltest. Und die wirst du nicht jeden Tag erreichen. Aber mit der Zeit immer mehr heben zu können, das ist eins deiner Ziele. Die Mentalität auf der anderen Seite zu glauben, dass nur ein One-Rep-Max einen Fortschritt, einen neuen Rekord bedeutet, ist auch ein Fehler. Denn Muskelaufbau ist ja kein Kraft-Dreikampf, wo es wirklich um diesen One-Rep-Max geht. Viele Menschen trainieren noch nicht mal so, dass sie auf One-Rep-Max trainieren. Viele Menschen kennen noch nicht mal ihren One-Rep-Max. Aber sie kennen ihre persönlichen Rekorde für fünf Wiederholungen, für sechs, acht, zehn, zwölf, 15 oder gar 20 Wiederholungen und alles dazwischen. Obwohl die meisten, die klassischen Muskelaufbau-Trainingsmethoden so im Bereich von acht bis zwölf Wiederholungen durchgeführt werden, deuten die neuesten Forschungsergebnisse darauf hin, dass es nicht nur den einen engen Wiederholungsbereich gibt, der ideal für das Muskelwachstum ist, also nur die acht bis zwölf Wiederholungen, wo man früher gesagt hat, das ist optimal für Muskelaufbau. Inzwischen weiß man, da gibt es auch andere Wiederholungsbereiche, andere Wiederholungsspektren, die du nutzen kannst, um Muskeln aufzubauen. Und deswegen ist hier die beste Idee, der beste Gedanke, den ich dir mitgeben wollte, dass du in allen Wiederholungsspektren deine PRs, deine persönlichen Rekorde verfolgen darfst. Und zwar nicht nur bei einer Übung, sondern bei vielen Übungen und auch bei kleinen Variationen derselben Übungen darfst du mit anderen Werten arbeiten. Zum Beispiel, wenn du deine Haltung ein bisschen variierst oder den Griff variierst oder eine andere Hantel verwendest, ob du mit oder ohne Gewichthebergürtel trainierst, mit oder ohne Pause zwischen den Wiederholungen, mit oder ohne Endkontraktion arbeitest bei einer Übung und so weiter. All das beeinflusst natürlich auch deine persönlichen Rekorde in einer Übung. Und all das, jede kleine Variation kann auch schon als persönlicher Rekord gewertet werden. Du hast also ganz viele Möglichkeiten hier zu variieren. Und noch etwas ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Je älter du wirst, desto seltener werden die Rekorde. Aber wenn du viele verschiedene Arten von Rekorden aufstellst, dann wirst du sie auch immer weiter in den nächsten Jahren erreichen können und dabei unglaublich motiviert bleiben. Und das bringt mich zum Fehler Nummer 8. Und das ist, kein Trainingstagebuch zu führen. Und da setze ich ein großes Ausrufezeichen hinter. Tatsächlich ist es eins der größten Fehler, dass du im Training machen kannst, kein Trainingstagebuch zu führen. Das gilt übrigens nicht nur im Krafttraining, es gilt auch bei den Ausdauersportarten. Denn ohne ein Trainingstagebuch kannst du deinen Trainingsfortschritt nicht zuverlässig verfolgen. Und auch wenn du glaubst, dich an die Gewichte zu erinnern, die du die letzte Woche bewegt hast, dann ist meine These, denk nochmal nach, die meisten Menschen, die tun sich damit schwer. Ich bin auch so einer. Ich habe auch lange geglaubt, ja, ich erinnere mich dran. Und so richtig was gebracht hat es erst, als ich es mir aufgeschrieben habe. Die meisten Menschen, die erinnern sich da nicht mehr so richtig dran, wie viele Wiederholungen sie im letzten Training geschafft haben. Und sie erinnern sich überhaupt nicht dran, wie viel sie vor einem Monat oder vor einem Jahr bewegt haben. Und noch wichtiger ist es vielleicht, dass du dir für jede Trainingseinheit ein konkretes Leistungsziel setzt, das du auch erreichen kannst. Und wenn du dich nicht an die Sätze, Wiederholungen und Gewichte vom letzten Mal erinnern kannst, dann ist das schwer. Dann gehst du ohne Ziel in dein Training rein. Ja, und damit dir das nicht passiert, empfehle ich dir oder dringe ich darauf, geradezu, dass du ein Trainingstagebuch verwendest. Das ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Kraftsportler, die kontinuierlich Fortschritte machen wollen. Und es ist auch unglaublich motivierend. Denn du kannst, wenn du ein Tagebuch führst, einfach mal ein, zwei oder sechs Monate oder ein ganzes Jahr zurückblättern und schauen, wo du da gestanden hast und dir auch darstellen lassen, wie viel du schon vorangekommen bist seitdem. Ich verwende dazu seit vielen Jahren Apps. Wir haben auch eine eigene Trainings-App für unsere Klienten bei Marathon Fitness. Das ist die App, die ich in den letzten zehn Jahren jetzt schon bald selbst benutzt habe auch. Klar, ganz einfach, weil das eine gute App ist. Und es gibt auch andere gute Apps. Dazu gibt es auch einen Artikel drüben im Blog. Den verlinke ich dir in den Show Notes. Und das bringt mich zum Fehler Nummer acht. Und das ist die Angst vor Übertraining. Und zwar die unbegründete Angst vor Übertraining. Progressive Überlastung bedeutet ja, dass du dein Arbeitspensum mit der Zeit Schritt für Schritt erhöhst. Und dazu gehört oft auch, dass du vielleicht dein Trainingsvolumen erhöhst. Also nicht nur die Erhöhung des Gewichts, sondern Erhöhung des Trainingsvolumens. Und die meisten Kraftsportler, die haben eine tiefsitzende Angst davor, zu viel zu trainieren. Und ja, man hört ja auch immer mal wieder was dazu. Und ich habe auch schon Podcasts dazu gemacht, dass es ein Risiko gibt, zu viel zu trainieren. Und es ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt halt Menschen, die absolute Leistungsmenschen sind und tatsächlich irgendwann mal in Übertraining reinrutschen. Aber für die allermeisten Freizeitsportler ist es sehr, sehr schwer möglich, so viel zu trainieren. Man hört also häufig diese Warnungen, dass zu viele Trainingssätze, zu viele Übungen in einem Workout, zu viel Intensität, zu häufiges Training, zu langes Training und so weiter, zu Stagnation, zu Trainingsburnout und zu Verletzungen führen können. Und ja, es gibt Übertraining. Und du kannst auch nur bis zu einem gewissen Punkt trainieren und ja, so ein Trainingsvolumen ab. Aber die meisten Menschen, vor allem eben die Freizeitsportler, trainieren nicht annähernd an der eigenen Belastungsgrenze, sodass viel Potenzial für ungenutzte Fortschritte bleibt. Und selbst wenn du weißt, dass du an deine Arbeit, deine Erholungsgrenzen stößt, dann ist es nicht immer schlecht, die Zähne nicht doch auch mal über diese rote Linie zu strecken. Das ist das sogenannte Overreaching. Das wird auch im Leistungssport gezielt eingesetzt. Kann man auch besonders dann gut nutzen, wenn man deine Regenerationsfähigkeit trackt. Ich mache das in dem Fall mit dem Whoop-Band. An der Stelle mal Werbung für das Whoop-Band. Das nutze ich. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Den Aura-Ring zum Beispiel. Der ist gerade für Kraftsportler manchmal ein bisschen schwierig zu nutzen, weil der natürlich beim Greifen des Gewichts stört. Deswegen bin ich ein Fan des Whoop-Bandes. Aber im Wesentlichen geht es da auch um die Messung der sogenannten Herzfrequenzvariabilität. Also es ist möglich, periodische Trainingsprogramme zu nutzen, bei denen sich das Trainingsvolumen oder die Intensität abwechselnd erhöht und dann auch wieder gesenkt wird, sodass du eben nur für kurze Zeit erfolgreich an deinen Grenzen trainieren kannst, bevor du dich danach dann wieder erholst. Und die meisten Menschen können auch an ihrer Erholung arbeiten, ihre Erholung verbessern, indem sie auf den Schlaf achten, indem sie an ihrem Stressmanagement arbeiten und eben auch die Ernährung optimieren. Ja, und wenn du nicht zumindest versuchst, dein Pensum zu erhöhen, während du Erfahrung sammelst und deine Fitness verbesserst, dann wirst du nie wirklich wissen, zu welchem Wachstum dein Körper fähig ist. Und das bringt mich zum Punkt Nummer 10, Fehler Nummer 10. Und das ist der Glaube, dass es unmöglich ist, Fortschritte zu machen. Nicht an sich selbst zu glauben, wenn du es so willst. Denn progressive Überlastung umfasst ja viel mehr als die Erhöhung des Gewichts. Klar, für uns Kraftsportler ist das Gewicht irgendwo weit oben auf der Prioritätenliste. Und es ist wichtig, gerade am Anfang, um eine Grundlage zu schaffen. Aber wir dürfen auch akzeptieren, dass wir eben nicht bei jedem Training das Gewicht erhöhen können und dass es mit zunehmender Erfahrung auch schwieriger wird, mehr Gewicht zu heben und gerade ab einem gewissen Alter auch unwahrscheinlicher wird, persönliche Rekorde zu brechen. Gerade nach einem gewissen Trainingsalter. Also für die, die schon sehr lange und auch erfolgreich trainieren. Die gute Nachricht ist aber, dass du in den Zeiten, in denen du das Gewicht noch nicht erhöhen kannst, andere Überlastungsmethoden anwenden kannst. Wie zum Beispiel mehr Wiederholungen durchzuführen, Trainingsvolumen, also vielleicht mehr Trainingssätze durchzuführen, häufiger zu trainieren, intensiver zu trainieren, mehr auf die Technik zu achten oder das Training mehr zu verdichten. Wenn du also all diese Progressionsmöglichkeiten studierst, dir da mal so ein bisschen Gedanken machst, die dann auch anwendest und die für dich auswählst, die dir gerade am besten passt, dann wirst du vielleicht erstaunt sein, wie du jedes Training zumindest auf eine kleine Art und Weise Fortschritte machen kannst. Wie du jedes Training progressiv gestalten kannst und deinen Körperbau auch über viele Jahre hinweg kontinuierlich verbessern kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.